Ok, wie viele Subs jetzt? Eins. Wie viele Subs jetzt? Fünf. Good luck, Affan. Ey, das ging viel zu schnell. Wir haben die, wir haben die. Warte mal ganz kurz, ich hab die Leiche doch gesehen. Ich hab auch gesehen, wer wen getötet hat. Ich sag so, es war doch so... Hans, Manuel! Ich hab doch die Leiche gesehen, lass mal kurz reden. Es ist zu 10.000... Es ist zu 10.000... Es ist zu 10.000% Isa. Okay. Isa hat getötet, Isa hat getötet und ist einfach weggelaufen. Wählt Isa oder mich? Junge! Oh mein, es fehlt! Es ist zu 10.000% Isa. Zu 10.000% Isa ist es. Ich hab, ich hab Fehler gemacht. Isa ist es. Was? Ich leg meine Hand dafür ins Feuer. Dankeschön. Gute Ruhe. Das war ja, ich hab ein bisschen was verblendet. Es ist so einfach im Grill eigentlich, so viel Flüge gemacht gerade. Cheers, Alma. Come on, Norman, come on. Das Ding jetzt, wer ist der zweite? Digga, was hat Korya für ein wildes Ausfit? Ich weiß nicht, wie hat der zweite sein? Also ich war, ich bin nach rechts gelaufen, ich hab nichts gesehen. Nichts gehört, nichts gesehen, nichts gesagt. Wirklich. Ich war alleine rechts. Zwei Elektrical, zwei Storage. Willi kommt von unten. Zwei Elektrical, zwei Storage. Zwei Elektrical, zwei Storage. Zwei Elektrical, zwei Generation. Ganz list. Wird das vielleicht die stelle Runde? Ganz verrückter Call. Korya, warst Du am Vent bei den Camps? Bruder, ich hab den Vent auch gewöhnt. Wir müssen jetzt einen wählen, Willi. Das hat mir ein Problem. Ich versteh Dich. Jaja. Bei mir sah das aus, als ob du rausgesprungen bist. Versteh, ich versteh. Wo ist er rausgesprungen? Okay, bruder, ich würde mich einfach bestellen. Nein, Korya war die erste Leiche, was Korya nicht. Das ist unmöglich. Das ist verdoppelt. 3,2. Wo ist rausgekommen, Willi? Also ich bin, ich bin, ich bin Elektrik gekommen, die Leitz waren aus, da war ich mit Omid Eldos, dann bin ich Richtung Lower Engine hochgegangen, wollte in Security, in die Camps und Korai kam unten rechts raus. Weil Korai ist ganz am Anfang der Runde, ist dann nach links gelaufen, oben links. Ja und da habe ich dann meine Vent-Aufgabe gemacht in links. Es können nur zwei Leute sein, entweder ist es Rywax oder Willy. Wie gesagt, ich war bei Navigation, die ganze erste Runde. Aber dann würde ich doch, die anderen haben uns alle rausgenommen. Ich bin nach rechts gelaufen. Könntest du was nicht machen, Willy, warte, 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 was würdest du nicht machen? Dann würde ich den Call doch nicht machen. Hä, was hat das damit zu tun? Natürlich kann so Imposter sein und den Call machen. Die anderen haben ja auch gar nicht zur Debatte, oder, Hamid? Oder habe ich schon was anderes gesagt? Ja, aber ich stand auch nicht zur Debatte. Nein, du kannst es sagen, das ist keine Begründung, dass du es nicht bist. Hat was anderes gesagt, oder? Also ich will nochmal sagen, Korai, Eldos, Hamid und ich waren zusammen zu viert. Und Omid hat dieser Runde gesagt, ich sage gerade einfach nur, Korai, du kannst es bestätigen. Wenn du gerade bei den Camps unten rechts warst, sag bitte nur ja. Ja, aber ich habe ja entweder Rivals oder Rivals. Wie gesagt, wie gesagt, erste Runde bin ich der Einzige, der gewesen, der nach rechts gelaufen ist. Ich war Navigation, erste Runde. Ja, keine Ahnung, das wird. Ey, müssen wir jetzt reden, oder nicht? Ja, wir müssen warten. Ja, okay. Ja, dann Korai, easy. Was? Hä? Nein, Korai kann es nicht sein. Digga, hat er gerade gekonnt. Komm, geht man automatisch auf mich. Wieso habt ihr Willi? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich habe Hamid gewohnt. Ihr geht automatisch auf mich. Ich habe Briebeck gewohnt. Hä? Wieso habt ihr Willi? Digga, ey. Ich muss, ich habe euch doch gesagt, das ist voll. Hä? Lol. Ich muss, ich habe euch doch... Ja, aber wo ist es? Namen wieder rausgewählt. Ihr habt euch verboten, das. Ja, okay, okay. Ey, Wurt nicht, hast recht, bis ihr jedes Wochenende da fasst. Crewmate. Ich will auch gar kein Imposter sein. Ich schwöre Imposter, ich bin der schlechteste Imposter. Ich will einfach nur Crewmate sein. Ich will ein guter Crewmate sein. Ich will heute, ist mein Ziel, nicht der Anker zu sein, nicht der Wir zu sein, sondern ein guter Crewmate. Ich möchte heute ein guter Crewmate sein. Das ist mein Ziel, Chat. Klingt das super oder klingt das super? Ein guter Crewmate zu sein. Moin Julian, was geht? Schon wieder. Der arme, der arme Mann. Was für Isa, halt dein Maul, Alter. Okay, Leute, ich kann eine Person safen. Rerex, er war die ganze Zeit mit mir. Das ist ein früherer Kill. Wenn wir jetzt schlau nachdenken und viele Paare gibt, dann können wir jetzt... Warte, wir haben doch auch jemanden gesehen, Hamlet. Also, diesen Kill hat nicht gemacht Eldos und Omid. 100% diesen Kill. Könnt ihr mir sagen, wo die Leiche war? Die Leiche in Electrical vor den Leitz ungefähr. So, wer hat es auf mich geschoben? Wer hat Isa gesagt? Das war Korrein, ne? Aber das könnte es sein, glaube ich. Nein, ich habe auch Isa gesagt. Nein, Korrein, ich will. Ich weiß, warum? Ich habe es gesagt. Der hat sich ja irgendwas gesagt. Ich chill. Okay, wer war das dann? Wer hat das gesagt? Ich glaube, ich habe es gesagt. Ich auch. Ja, dann will ich dich raus, weil einfach Reactor war ich gerade und mache diese 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Aufgabe, habe die sogar verkackt, mache die neu, auf einmal sehe ich einen Tod und das erste war schwer, ich war nicht mal in der Nähe von irgendeiner Scheiße, ich bin da alleine rumgelaufen. Leute, chill, chill, chill. Pull up in S.U.P. Ganz kurz, ganz kurz, chillt mal, chillt mal, chillt mal. Hamlet, wer ist durch uns durchgelaufen? Ich? Ey, guck mal. Okay, 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 dann können wir re-reason, Hamlet, wir drei sind safe. Genau, kann noch irgendwer safen? Re-reason, kann noch irgendwer safen? Re-reason, kann noch irgendwer. Ich kann euch safen, weil ihr rechts wart, ne? Ja, wir waren zu dritt rechts. Ja, wir waren zu dritt rechts. Ja. Und Re-reason war auch rechts. Ja, ja, alle drei. Aber Re-reason kam von Storage, tatsächlich. Wo war's? Ich war oben rechts bei Mitte. Kapitalia. Oben rechts, Mitte. Haben wir Paarge? Hey, es ist doch safen, Leute. Kurai, wie konntest du? Kurai, du konntest du? Ich konnte Omlet und Eldos. Kurai, du hast die Leiche zu reporten. Ja, ja. Bist du untergegangen? Oder wer war vor dir? Omed, Omed und Eldos. Mo, wo warst du? Omed und Eldos waren vor dir. Ich bin Kapitalia oben rechts. Und Omed und Eldos, was habt ihr gemacht? Ich war Storage am Ende. Oder mich hat Korai gesehen. Ich bin aber vor so halbem. Also der einzige, der kein Alibi hat, ist dann Mo oder nicht? Ja, ich bin... Und Omed ist auch Storage. Egal, Leute. Chill, chill, chill. Aber schreit euch nicht gegenseitig so an. Digga, Eldos ist immer so Streitschlichter. Ich schwöre, Eldos immer... Er schreit doch nicht so... Das macht unsere Team-Moral. Aber ein bisschen Köpfen. Digga, Eldos ist immer Streitschlichter. Ja. Tut mir leid, dass ich so geschrien hab. Entschuldigung. Ist gut. Hab ich gesagt, dass ich Among Us Pro bin? Hab ich gesagt. Ich denke, es ist Mo. Er hat gar nichts gesagt letzte Runde. Und eventuell Omed? Fragezeichen. Hamid kann ich rausnehmen. Reason kann ich rausnehmen. Nichts? Wer hat irgendetwas? Nurens? Was ist das für Trenn? Nein? Du bist so. Statt. Und? Da. Off ist das. Da今 neu. Da ist das. Warum braucht er so lange für die Task? Security ist einer. Ist er in den Camps oder ist er tot? Ey, ist das unkorrekt. Wer war das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß was du sagen willst. Ich weiß was du sagen willst. Du hast eine lange Runde. Nein, nein, nein. Willi. Willi. Ich weiß ganz genau was du sagen willst. Sag doch bitte. Ich weiß, er will jetzt gerade sagen, ich bin aus dem Wend gesprungen. Ich habe es so. Aber ich habe die Aufgabe gemacht. Bruder, ich krieg dein Herz, der Wend hat sich bewegt, du bist rausgesprungen. Ja, aber das war doch genau so die Runde bei dir voraus. Nein, nein, nein. Was war in der ersten Runde mit Willi? War der draußen? Hatte niemand gesaved? Oh, die erste Runde war es nicht. Ey Leute, ich bin doch so. Ich habe die Leiche gefunden, ich habe den Redewall, also. Lass uns schraten. Mad Bird oder Spirty? Ähm, ich lauf hoch und mir entgegen kommen Willi und Rirax, die laufen nach unten. Ich lauf wieder runter, weil ich nach unten wieder eine Aufgabe habe. Rirax tot. Ich weiß jetzt woran wir es erkennen können. Bei mir ist ein Bug, ich schwörste Cora, bei mir sah es aus wie ein Bug. Cora, Cora, ich sag Wallah, er hat es gemacht? Nein, ohne Schwörn. Nein, ohne Schwörn. Achso. Ohne Schwörn. Ohne Schwörn. Nein, aber guter Try, guter Try. Nee, meine Schuld. Meine Schuld haben wir es. Das Ding ist, wenn man die Aufgabe am Wend macht, dann bewegt man sich ja nicht. Und wenn man rausspringt... Bruder, er ist rausgesprungen, die Leits sind gerade angegangen. Bruder, das war bei dir wie die Runde, das war der Bug. Ich weiß, Bruder, ich weiß, Bruder. Bei dir sah das ja auch original so aus, deswegen bin ich ja zum Ding. Ich weiß, ich kann nur das auch nicht gesehen haben. Ja, save, verstehe. Ja, aber wenn Isa auch noch sagt, dass er Willi mit Rirax gesehen hat und Rirax als Foto. Pass auf, es könnte halt sein, dass da mehr Leute sind. Ich habe halt nicht so viel gesehen, weil das nicht... Gernit Popka, Johannes, Dian Kirby und O1 Heelsenken für Verlust. Wer kann sich sonst rausnehmen? Ich kann Elders aus. Digga, wo ist doch Willi? Wo ist Willi? Wo ist Willi? Warum? Ich nehme Mo raus. Ich nehme Reason raus. Ich nehme an dem Fall Koray raus. Aber ich gebe zu, ich bin sehr, sehr sass. Aber ich nehme Koray raus, zu 100%. Aber wenn Koray, hast du uns gesehen, wird Willi aus dem Bett geschrungen? Edi wurde zweimal erst gekillt, Edi ist so sauer, glaube ich. Ja, dann ist er es. Aber das habe ich doch die Runde davor auch gesehen. Wen habt ihr jetzt gewählt? Das habe ich doch die Runde davor auch gesehen. Ich bin auch Willi gewählt. Ich bin auch Willi gewählt. Der ist ja so schlechter dein Post als ich. Ich dachte, ich bin ein Shit-Imposter. Aber Willi ist ja wirklich anders. Du bist ja sonst beim Wend springen, Bruder. Ja, aber du bist doch auch aus dem Wend gesprungen letzte Runde. Aber ich war doch schon safe die Runde davor von Mo. Nee. Nee. Dann waren es 50-50. Willi, du bist schon weggeflogen. Man kann dich gar nicht mehr hören. Ja, und ich kann dich wegmoven aus dem Discord. Dann bist du nicht mehr drin. I'll stop. I'll stop. Es wird salzig hier. Salzig. Oh mein Gott. 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 Äh, ja, Ventrin. Wer hat reportet? Wer hat reportet? Wer hat reportet? Oh, war ich da? Oh, du, du, du. Oh, scheiße. Ich habe es nicht gesehen. Es war dunkel, Mann. Ich habe irgendwen gesehen, den Elektron aus. Ich habe aber vergessen. Hey, Hamid, ich war mit dir oben. Achso, Mo. Mo kann ich safen. Mo? Aha. Warum? Wo ist er denn? Ich und Hamid sind die ganze Zeit zusammen. Wo seid ihr? Hamid ist safe in Astron eigentlich. Hamid dürfen die nicht wählen theoretisch. Wir sind dort im Gang zwischen Electrical und Lore Engine rumgelaufen. Warte, was ist denn passiert? Warum kam dieses Ding? Eldos, wo bist du? Und Mo, du bist mit Hamid. Es war in Electrical, da waren... Ich glaube, Reasons ist es. Reasons weiß ich nicht. Also Hamid und ich sind mit Nine Way Train. Mo und ich sind raus. Ich war gar nicht raus. Ich war gar nicht im Gang von Lore Engine zurück. Man muss sich auf sein Gewinn... Also man darf den Leuten nicht vertrauen. Und man muss auf sein eigenes, äh, vertrauen. Auf sein eigenes, äh... Sehen. Wir sind... Eldos, zu schnell. Ich bin da runtergelaufen. Wir müssen noch nicht, Jungs. Wir müssen... Wir müssen, ja. Oder? Wen wählen wir, Leute? Warte, wo haben wir einen bis jetzt? Ey, ich sage ehrlich. Eldos ist am Anfang. Ich finde das komisch, Eldos. Ja, aber guck mal, am Anfang standst du rum und die Türen wurden zugemacht. Und das machen wir dann halt, wenn man noch so... Eldos redet so komisch, ich will den einfach. Nein, warte, warte, wie will ich nicht? Eldos, sag doch mal was. Sag doch mal was. Ja, ich hab gar nichts zu sagen. Ich mach... Ich lauf einfach... Also, Anlaki immer alleine herum auf meine Tars. Bruder, Eldos, ich liebe dich wirklich, aber wir sind seit zwei Jahren... Jungs, diese Argumentation ist krass. Jungs, Jungs... Diese Argumentation ist einfach krass. Jungs, Jungs, diese Argumentation ist einfach krass. Jungs, Jungs... Was für eine Argumentation? Ich renn her allein herum. Jungs, ich sag, wir müssen nicht, Eldos sagt, ja, 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 wir müssen nicht, wir müssen nicht. Ja, das war's, das war's, ihr habt verloren. Oh nooo, ihr habt verloren, ihr würdet das jetzt. Willi ist ja schon mal richtig, oder? Ja, Willi ist, Willi ist hundertprozentig, hundertprozentig. Riesen, bist du das? Nee, ne? Was? War's Eldos? Nee. Oh mein Gott, das war nicht Eldos. Aha. Ich war mir auch sicher, die haben mich überzeugt, dass Eldos das war. Ich hörte Arme, ja? Koroi hat richtig auf ihn geredet. Koroi hat auf ihn geredet. Koroi hat richtig auf ihn drauf geredet, deswegen. Aber Koroi hat grad so auf Eldos reingeredet, da dachte ich mir, okay. Vielleicht ist ja Eldos, oder Koroi. Aber Riesen hat gar nicht gesagt. Mhm, 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 mhm. Ach so, ich dachte du geschlafen, alles gut. Was macht der? Hä, warum killt er? Ja, okay. Ja. Also er hat den killen können weglaufen können theoretisch, aber... Hä? Was macht der? Jetzt hat der Ding enttötet? Okay. Right, Omigos, ich bin fertig mit allen meinen Aufgaben, ne? Ja, Riesen, ich bin leider ein bisschen zu schnell für dich. Was ist passiert? Ja, ich wollte einfach drücken, weil es ist klar, wer es ist. Warum? Wer ist es denn? Äh, Riesen. Hä, warum soll ich es jetzt sein? Grund, 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 Grund? Weil ich wollte schon die ganze Zeit drücken, mir war langweilig. Ähm, ja, Isa und Koroi haben Dings gewählt und Hamid und ich, wir waren zusammen. Es müssen nur... Ey, das war von mir falsch, aber... Ach sooo, er hat recht? Warum Koroi konnte mich doch die Runde auch saven? Oder du wot? Ey, Hamid, er wollte mich grad killen? Ich bin weggerannt um mein Leben, ich war viel zu schnell, ich war viel zu schnell. Warte mal, aber Mon kann mich jetzt auch verarschen, er ist ein alter Mannes Show. Also warte mal, aber hör mir zu, hör mir mal zu. Also Koroi hat mich letzte Runde gesaved beim Kill. Niemand hat dich gesaved, niemand hat dich gesaved. Koroi, Koroi hat gesagt, er war die ganze Zeit, ich war die ganze Zeit mit ihm oben links, wie soll ich ihn getötet haben? Und dann hat Isa gesagt, er wurde bei Elektrik hier getötet und Koroi hat selbst gesagt, du warst mir zu schnell, ich kann's nicht sein. Ey, Isa, hilf mal bitte, bitte, Isa. Wie soll es denn dann sein? Ich hab nichts gesehen, ich war rechts. Amid, ich und du waren zusammen da oben, Bruder. Mach jetzt nicht so. Ey, bruder, so lange waren wir jetzt auch nicht zusammen oben. Wir haben zusammen, wir strafen, Bruder. Wir waren, wir waren... Ich war ehrlich, ich war ehrlich. Ey, Leute, ich hab O2 gemacht und ich hab nur gesehen, wie Mo auch zu O2 gelaufen ist, that's it. Das Problem ist keiner gestorben, das heißt, wir wissen von den Runden davor jetzt. Koroi ist gestorben. Koroi ist gestorben. Deswegen macht's ja keinen Sinn, dass ich ihn kill, wenn er mich saved. Hä? Genau das macht Sinn. Die Ausrede war jetzt kacke, kacke, ey. Warum soll ich ihn den kill, wenn er mich saved? Hamid, ich und du waren zusammen die ganze Runde davor. Ganze Runde. Ich war auch die eine Runde zusammen mit Hamid. Als Chaos passiert sind. Warte mal, können noch zwei Töter hier drin sein? Nein, das kann nicht zwei sein. Ey. Das Ding ist... Ich dachte, ihr will jetzt... Ich dachte, ihr will jetzt... Ich hab erst noch gesagt, dass Reason von Security kam. Also ich hab nur mich und Hamid gesaved eigentlich und nicht Reason. Eigentlich, wenn die mir zugehört hätten. Ey, das war nur mein Fehler, man. Bitte. Ich will keinen 5 Subs geben. Ey, Mo. Ey, darf ich auch mal mitspielen? Mo, darfst du uns angewöhnen? Was geht wo? Oder für alle allgemein können wir uns mal angewöhnen, dass so Calls wie zum Beispiel, ich wollte die ganze Zeit schon ähm... melden, weil mir langweilig war, nicht mehr relevant sind. Oh nein. Aber ich schwör, das war so weh. Elders. Ja. Sorry. Ich geh nur nach rechts zu Weapons und die war schon da. Direkt bei Weapons. Ach so. Ähm... Ich hab mal ne Frage. Wenn man... Also... Runde hat gestartet, Allmatt läuft direkt in Admin rein und macht diesen Upload da, die sind ja auch schon mal. Aber den... Den kann man doch erst machen, wenn man Download gemacht hat oder nicht. Omet ist. Ja. Hä? Ehrlich? Der rennt wirklich zur Admin und macht diesen Upload rein. Ja. Ehrlich. Ich weiß nicht ob... Ich weiß nicht ob man da auch da unten sitzt. Da war ne Task. Ich hab die Task gemacht. Hä? Nein. Ne Admin da, ne? Warte mal ganz kurz. Ich bin runtergesaugt und hab meine Task gemacht. Du grimmst ne Grimmst dabei. Welche Task hast du gemacht, Omet? Hast du einfach so ne Aufgabe gefickt, die es gar nicht gibt oder was? Die Download-Aufgabe. Nein, mach weg, bitte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Seid ihr euch sicher? Digga, warum wählen sie so? Ja, traurig. Jungs, die wählt und nicht erste Runde entspricht. Nein, ja. Lass uns mal was sagen, bitte. Also... Nur weil er nach rechts geht. Omet? Und Willi, Omet... Der geht automatisch auf Omet. Digga, das ist das Gleiche. Ne, ne, Eli Jeller. Hörst du zu? Der hat ne Aufgabe gefickt, die es gar nicht gibt. Ja. Gibt's gar nicht, Eli. Aber ich weiß halt nicht, ob sie wirklich... Oh nein. Hörlich gibts die. Das war einfach ein Download. Ich hab ein Download. Nein, diese Admin. Das ist das, wenn... Du musst erst mal irgendwo anders... Ich mach so gut Kilo, das wird nicht belohnt, Digga. Bin ich blöd, der Lass? Ich hab die Download zum Beispiel... Oh ne, was geht denn? Ohmet, wenn das stimmt, dann muss ich das, ich bin schon so lange, bitte. Ahmet, aber... Aber du verteidigst dich auch scheisse... Digger, Omet, ey. Ja, aber einfach 1 Kommens weniger. Digger, wieso? Ja, Digger, das Ding ist gelaufen. Es ist gelaufen. Wenn du wirklich auf Poster bist, dann musst du loslassen. Scheiß drauf, Digga. Du wix, Omet. Es ist gelaufen, es ist vorbei. Bix, Omet, der war... Ist das geil, ist geil. Du musst auch loslassen. Du musst auch loslassen, Hamel. Ja, das war's. Ja, das war's. Ich hab doch Hamel gerade gesehen. Wer ist dir entgegengelaufen? Ach du Scheiße, Jungs. Oh mein Gott, warte mal kurz. Warte mal, Hamel, was hab ich gerade? Warte, scheiß mal, hab ich ihn gesehen? Lagt mal bitte jeder euer Standpunkt. Electrical. Electrical. Jetzt den Standort Low Engine rein. Eli müsste etwas vor mir sein. Ich schätze zwischen Security Reactor da irgendwo. Kann dich jemand rausnehmen? Ich hab ihn gesehen. Du bist aus Electrical raus, aber ich weiß noch nicht wohin. Willi, wo hast du reported? Ja, ich will erst wissen, wo stehst du, Eli? Ich bin hinter Koray. Okay, und wo steht Isa, du hast gesagt? Okay, Ryrie? Electrical. Okay, die Leiche ist unten rechts Shields. Okay, unten rechts Shields. Und Hamels Leiche müsste jetzt sehr, 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 sehr frisch auch gegen Storage, Shields, Communications da die Ecke sein. Ganz kurz, ich will kurz was sagen. Lass mich mal kurz, bitte, Anmeldung hier. Ich gebe dir kurz den Call. Ähm, nur logisch gedacht kurz. Willi ist der Imposter, hat gesehen, da liegt die Leiche von Reason schon. Hamel hätte die Leiche fast reported. Willi hat Hamel gekillt, aber dann Reason reported, damit es nicht auffällt. Ich würde sagen, das machen wir gleich so, oder? Warte mal, ich muss kurz mal mal. Das haben Sie sich an bei mir, ja? Also, das ist kein Lund. Koray, du wirst es auf jeden Fall nicht. Es kann eine einzelne Person zwei Kates machen. Es kann sein, dass wir damit falsch waren. Wenn wir Reason lange nicht gefunden haben, ja. Wir müssen damit rechnen, wenn Doppelkind ist, das auch nicht. Vielleicht war das Quatsch, was wir gesagt haben. Ja, war auch Quatsch, Digga, Mann. Nee, zwei Mal durchgeschickt. Ich habe gesagt, lass nicht rauswählen. Digga, zwei Leichen geht schon schnell jetzt, ne? Nein. Wenn wir gehen, dann wählen wir Mo oder Willi raus. Ja, Mo kommt mir auch ganz spanisch über. Wie oft ist denn Willi angeblich Imposter? Ja, ich würde auf Willi gehen, erst mal. Oder ich habe Angst vor... Geht auf mich so reich und danach bist du auf deinen Knie. Es gibt... Es gibt... Alter, warum geht ihr alle auf Willi? Ja, weil jetzt... Jetzt ist wichtig. Wir sind Nücken. Ihr seid Nücken. Ihr seid Schreie. Ihr seid Nücken. Ihr seid Nücken. Ich bin so feuer, Bruder. Ich bin so feuer, Bruder. Ich bin so feuer, Bruder. Ich bin so feuer. Digga, Omit ist so ein Verkäufer, Digga. Omit, du bist so ein Verkäufer. Hoffentlich auch Willi. Omit ist so ein Verkäufer. Omit, es tut mir leid, Bruder. Ich schwöre, es tut mir so leid, Digga. Ich muss hier alleine spielen, weil Omit wirklich Idiot ist. Egal. Digga, die Zeit läuft ab. Schon was sagen. Chattos machen. Ich bin ein Ding. Ich bin eh... Also bei Impostor meinte Malon, muss ich nicht machen. Okay. Deswegen standst du da die ganze Zeit rum. Oh, Will Talk. Sowas ist nur sus. Will Talk. Ja, ja, ja. Das kann sein, dass du und Willi es seid. Und du willst jetzt, dass wir einen rauswählen. Das ist dumm von dir. Wenn du Crewmate bist, dann ist es absolut dumm. Ganz kurz Frage. Warum ist keiner zu O2 gegangen? Also ich bin jetzt zu spät gegangen. Ich... Ich war da. Ja, ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen, aber so spät. Ich hab Edmund zugemacht und musste das andere auch noch machen. Weil ich jetzt noch auf die falsche Seite gehauen. Ach so, alles gut. Digga, bin wieder... Digga, ich kann... Ich trau dir dem... Warum Willi jetzt? Ich will... Ja, ich... Ich sag dir warum. Bro, wenn Willi richtig war, dann würde ich als Impostor jetzt auch Emergency Button machen und versuchen... Habt ihr doch. Das war nur zu schnell. Du hast es gemacht, Digga. Du hast es gerade angemacht. Jemand hat doch verkackt. Was? Das war doch viel zu schnell. Ich... Wenn jetzt noch zwei Leichen wären, dann hätte man diesen Emergency gemacht, damit keiner am Buzzer drückt. Aber... Die haben das zu schnell gemacht, weil die hatten noch Kill cooldown jetzt. Sie wollten kein killen. Digga, bist du... Ähm... Hä? Ich trau diesen Braten hier gar nicht. Ich versteh dich doch. Dora und Eli. Warum geht ihr beiden so krass auf Willi? Omed oder... Weil wir gerade Hamed gesehen haben. Weil Hamed... Er klebt... Theoretisch letzte Runde klebt er noch theoretisch an unserem Arsch. Wir haben ihn gerade gesehen und dann war er tot. Oh, du bist wirklich hosch geworden, Bro. Nee, nee. Entweder ist Omed richtig oder Willi. Einer von beiden ist richtig. Und wenn Willi es wirklich war, dann bist du der Zweite und versuchst ihn jetzt einen rauszuwählen. Und wenn du es nicht bist, dann bist du ein scheiß Crewmate. Das ist der Call. Digga, ich will dich. Ich will dich. Das macht Sinn. Es kann sein, Koray. Ich bin es wirklich nicht, Koray. Und du bist es auch nicht, sonst hätten wir schon gewonnen. Ähm... Glaube ich. Kann ich mir... Wir werden hier komplett rasiert, ne? Nein, ich glaube nicht, dass Koray den Kill gemacht hat. Entweder bist du es oder dann ist es... Ey, Gendo, ich bin es nicht. Ich würde niemals diesen Butter drücken, weil jetzt wäre ja nur eine Leiche und dann wäre fertig. Dann ist es dumm, Digga. Ey, wir müssen halt wenigstens von HoneyBook machen. Also dann ist es dumm, du hättest... Digga, wir haben gut gespürt. Denkst du, hier wären zwei Imposter drin? Niemals. Als ob wir zwei Imposter drin sind bei fünf. Ah, Digga, die können nicht. Ja, es ist nicht. Zwei, äh... Es ist auch nicht. Ja, Digga. War deine Schuld. War deine Schuld. Mord. Quit думern. Da musst du teilen, wenn... Das ist immer schlimm. Das war's für heute. Let's go! 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 Was? Ist das Geistesgang? Oh mein Gott! Können wir mal aufhören, wenn mein Name fällt, dass jeder da drauf tritt, wie als wäre ich ein Stück Scheiße? Nein! Ich hab so einen aufgespielt! Oh mein Gott! Wo kommt der Willi? Wo kommt der Willi? Mein Gott! Mann! Eins gegen alle! Digger, eins gegen alle! Ja, aber dann musst du doch... Weil Willi war falsch, dann sagst du... Du oder Kura ist es dann! Du drückst den Buzzer an! Ich wollte auch nur mal eine Task faken, ja? Oh mein Gott! Dadurch... Ich zitter am ganzen Körper, als ob ich noch nie COD gespielt hätte! Digga! Ich zitter komplett! Ich war so nervös! Wir hatten doch in der Zeit keinen! Wir hatten doch gar keinen! Oh mein Gott! Ich hab einen alleine gegen alle gewonnen! Wir hatten gar keinen! Eli, Kuss! Kuss für die Subs, Eli!